Musik Dazu war die Hauptnachrichtenzentrale, die den Status eines Nachrichtentruppenteils hatte, strukturiert und personell aufgestellt mit über 450 Personen. Als Knoten- und Vermittlungsstelle war die von der Hauptnachrichtenzentrale sicherzustellende Nachrichtenzentrale des Ministeriums für nationale Verteidigung der DDR in eine Vielzahl von Nachrichtennetzten integriert, waren die Verzeichnisse Orientierung und wertvolle Hilfe. Im Zentrum aber dieses Videos steht der Bunker Strausberg, im Ortsnetz der Deutschen Post als Übertragungsstelle Strausberg 2. Es ist ein Faradäischer Käfig und mantelt mit millimeterstarken Schatten. Auf dem Niveau des Obergeschosses, hinter mehreren Gasducht-Drucktüren, rechts der Abgang in den Stollen zur Netzersatzanlage, einer Reserveführungsstelle in den Kellern der Häuser 9 und 4 des Ministeriums und zum operativen Führungszentrum. Und gegenüber der Eingang in den Bunker. Die Kontaminierung sind in den Kammern-Hingreis-Tafeln mit den durchzuführenden Handlungen befestigt und die Laufrichtung durch Pfeiler an den Wänden dargestellt. Der Bunker hatte zwei Etagen, das Ober- und Untergeschoss. Unmittelbar unterhalb der Treppe im Untergeschoss der Kompressorenraum. Für das Betreiben eines Bunkers sind sogenannte lebenserhaltende Systeme erforderlich. Hier sind es die Elektro- und Wasserversorgung, das Abwasser und die Betriebsmesssteuer- und Regulierungszellen. Die Einführung in den Bunker erfolgt mit einem flexiblen Übergang. Für die Brauchwasserversorgung steht eine eigene Brunnenstube mit installierten Brunnenstuben. An dafür vorgesehenen Schränken nimmt er die Synchronisation von zwei Dieselaggregaten der Netzversatzanlage vor, wenn diese bei Ausfall des Landesnetzes automatisch startet. Auch die Regimefahrweisen des Bauwerkes werden von hier aus gesteuert. Er folgte der batteriegestützte, unterbrechungsfreie Nachrichtenbetrieb auf den wichtigsten Nachrichtenverbindungen. Es waren überwiegend die mit Verschlüsselungstechnik, die ADZ-65N mit 4000 Anrufeinheiten. An zwei unmittelbar neben der Fernsprechvermittlung installierten Arbeitsplätzen die Fernsprecher überwachen. So wurden hier täglich ca. 300 Gespräche Hand vermittelt. Damit wurde geplant und verwirklicht. Von hier aus wurden die Verbindungen des Ministers in das VG-Regierungsfern-Sprechnetz hergestellt. Es waren die einzig tapezierten Räume im Geschoss. Ein zentraler Rundgang im Bunker, von dem aus alle Räume zugänglich sind. Eine Schlüsselstellung im inneren Informationsaustausch hatte die Ruhrpostzentrale. Von hier aus wurden alle ein- und ausgehenden schriftlichen Informationen über sieben Linien zugestellt. Fotoeinblendungen zeigen den Zustand der Fernschreibstelle vor der Wende. Ein Teil der drahtgebundenen Fernschreibverbindungen unterlag einer Doppelnutzung durch das Alarmierungssystem Schnur im Bunker Kagel, wurde von hier aus fernbedient. In einem weiteren Raum wurde die Endstelle des Ministeriums aus dem Schmalbandrichtfunknetz der Infrariengruppe. Geräte des Typs RVG 924 waren im Einsatz. Im und außerhalb des Bunkers, ausgestattet mit entsprechenden Messkontroll- und Kommunikationsmitteln, verwachte der Diensthabende die Einhaltung der Forderungen des Befehlschema und die Regeln für den Betriebsdienst. Er nahm Einfluss auf den Informationsdurchlauf, die Einhaltung von Dringlichkeitsstufen sowie den Durchlauf von Alarmierungssignalen, wie zum Beispiel Monument. Auch hier bedient sich der diensthabende Gefechtskosten und sprechender Kommunikationsbesamt 8 Stück, dem Spezialfilter FMA800M und einen Rollbandfilter. Mit dem Bau des Bunkers eine Netzersatzanlage in dem sogenannten Teilobjekt 3 geplant und realisiert. Für den Fall des Ausfalls der Stromversorgung im Landesnetz wurden hier zwei Diesel mit einem 8-Zylinder-Viertakt-Reihenmotor zur automatischen Zuschaltung der ständigen Bereitschaft stehenden Dieselgeneratoraggregate und zur Versorgung von Hilfsaggregaten in geforderter Position. Alle in Würdigung erfuhr er mit der Verleihung der Truppenfahne 1986 und einer Ehrenschleife mit dem Titel bester Truppenteil im Jahre 1988. Die Zentrale gibt es nicht mehr. Der Bunker ist leergeräumt, verschlossen und nicht begehbar. Mit einem feierlichen Zeremonial am 2. Oktober 1990 wird die Truppenfahne noch einmal geehrt. Nehmen die Angehörigen der Hauptnachrichtenzentrale Abschied von ihr. Danach wird sie eingeholt. Die Zukunft des Bunkers ist unbekannt.